Hi, Yasmin hier wieder. Ich habe ja versprochen, dass ich so ein bisschen die Unterschiede von Kimonos erzählen werde und nehme das damit jetzt mal in Anspruch. Moment. Mich stört ein bisschen mein herumfliegendes Haar. Das ist wegen dieser blöden Temperaturschwankung momentan etwas trocken. Aber das geht schon. Und zwar gibt es insgesamt zwölf unterschiedliche Kimono-Typen für die normalen Frauen. Drei Typen davon, oder drei Arten besser gesagt, sind für bestimmte Zwecke wie eine Trauerfeier oder eine Hochzeit gedacht. So, ihr könnt das alles auf Wikipedia, auch auf Deutsch lesen. Ich mache das sehr kurz, weil wenn ihr Wiki lesen könnt, da steht genau dasselbe, was ich euch auch erzählen würde. Und nur, dass das noch ausführlicher wäre. Ihr müsst nicht alles auswendig können, aber es ist interessant zu wissen, dass es unterschiedliche gibt. Es gibt einen Korotome-Sode, der ist komplett schwarz mit Muster unterhalb der Taille, meistens im Gold oder weiß-silberen. Sophie, bitte. Entschuldigung, meine Tochter. So, wird von verheirateten Frauen zur Hochzeit getragen, also als Mutter der Braut quasi trägt man sowas. Dann gibt es unter anderem den elegantesten, das ist der Furie-Sode. Für die, die es wissen, das sind die Kimonos mit den super langen Ärmeln, die teilweise bis in Richtung Boden reinreichen, also zwischen 1 Meter und 1,10 Meter lang. Die sind großflächig gemustert und werden zum Beispiel zur Volljährigkeitsfeier oder zu Hochzeiten getragen von näheren Verwandten. Der Erotome-Sode gibt es auch, der wird vom Verwandten der Braut getragen. Der Homongi ist für Empfänge, Galas oder für die Freundin der Braut. Dann gibt es den Zuckesage, sowas wie ich habe. Das ist ähnlich wie der Homongi, der hat halt Muster auf Schulter, Ärmeln und über die Nähte fließend. Und beim Zuckesage ist das auch, nur die Muster sind etwas zurückhaltender und schlichter. Und meistens eher unterhalb der Taille und nicht weiter hochreichend. Der ist mitunter für etwas besondere und elegantere Anlässe gedacht. Dann gibt es den Iromoji, der ist zur Tee-Zeremonie eigentlich normalerweise, wird er getragen. Der ist halt einfarbig und in sich gemustert. Das heißt, das Muster ist schon von vornherein im Stoff eingewebt. Es hat aber keine andere Farbe als der Stoff an sich. Was den Reiz dieses Iromoji natürlich hervorhebt, dass man natürlich genau hingucken muss und auch näher kommen muss, um das Muster teilweise zu sehen. Weil es ist nicht unbedingt sehr großflächig. Aber, was ich sage mal so, größer als Handteller sind die Muster meistens nicht. So von dem, was ich gesehen habe bisher. Dann gibt es den Common. Common ist eine spezielle Unterart. Den kann man als elegantere Form des Yucata bezeichnen, weil er ein komplett sich wiederholendes Motiv hat. Das teilweise auch sehr klein und sehr feine Motive hat. Wie zum Beispiel in dem letzten Video gezeigt. Das da zum Beispiel ist ja ein Common. Und da sieht man, das ist wirklich ganz kleines Muster. Und das zieht sich halt über den ganzen Stoff hinweg und wiederholt sich immer wieder die Muster rum. Das ist halt das Markenzeichen des Common. Dann gibt es ein Edel Common. Der hat in sich gemustertes Punktemuster. Da sind die Punkte dann entweder sehr, ja, sehr linear aufgeführt oder halt auch delinear oder wie auch immer das Wort heißt. Kann sehr schön sein, weil er aber ansonsten einfarbig ist, ist das immer so eine Geschmackssache. Dann gibt es natürlich den Yucata. Das ist ein Sommerkimono, der meistens zu Festen in Feiern getragen wird. Oder früher halt auch als Bademann. Also als Ersatz für ein Bademann. Und, äh, Moment. So, kommst du mal da bitte raus, Sophie? Ich möchte nicht, dass du hinter mir herumpulst. Sie hat sich gerade mit ihrer Decke hinter mich gelegt und ich mag das überhaupt nicht. Ähm, so. Dann gibt es halt den Trauerkimono, den man zur Beerdigung anzieht. Der heißt Shiro Muku. Nee, Quatsch. Das ist der Mofuku. Der Mofuku ist komplett schwarz. Hat teilweise, äh, drei bis fünf Kammern. Kammern sind diese ganz kleinen, äh, quasi wie so ein Siegel auf Kimono. Auf den Schultern, auf den Ärmeln und im Nacken hinten gibt es die. Und, äh, der ist wirklich ganz schwarz. Wird auch mit einem komplett schwarzen Obi getragen. Und, äh, meistens mit weißen Tavi dazu. Keine schwarzen, weißen. Und, äh, alles was man hat, ist schwarz. Das, äh, Ubi Ita ist schwarz. Das Ubi Age ist schwarz. Das, ähm, Ubi Makura ist schwarz. Alles ist schwarz, weil man ist halt vollkommen in Trauer. Bis auf die Tavi halt. Die sind weiß. Äh, als Hochzeitskimono gibt es den Shiromoku und den Ushikake. Der Shiromoku ist komplett weiß und in sich gemustert mit glückverheißenen Symbolen. Die Muster sind aber nicht nur weiß, sondern teilweise auch silbrig-golden hervorgehoben. Und der Ushikake ist ein farbiger Hochzeitskimono, der, äh, von der Grundfarbe her meist rot ist. Teilweise aber auch schon blau oder, 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 oder golden. Und, äh, der ist halt mit glückverheißenen Mustern durchwoben, wie, äh, Phoenixe und Trara. Also, wenn ihr euch das anguckt, die kosten auch extrem viel. Und die sind auch ein bisschen länger als normale Kimonos. Daher erkennt man die halt auch. Also, wenn ihr einen habt, der kunterbunt ist und mit riesengroßen Mustern überall. Und, äh, auch sehr, recht langen Ärmeln. Und der kostet dann mal eben 800, dann seid ihr bei einem Ushikake gelandet. So, ähm, das waren die zwölf in kurzer Reihenfolge. Wie gesagt, Wikipedia erzählt es euch auch nochmal ausführlicher. Ich habe jetzt einiges weggelassen von dem, was ich mir notiert habe. Äh, ich, ähm, ich finde es einfach nett mal zu hören. Es gibt unterschiedliche Arten innerhalb des Kimonos. So, dann gibt es ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben unterschiedliche Obis. Der Maru, der Fukuro, der Nagoya, der Odori, der Hara-Avase, der Hitoe und der Hanhaba. Der Hanhaba ist nur für Kinder. Der Hitoe ist für Reise und Legeres gedacht. Äh, der Hara-Avase ist für Legeres. Der Odori ist für Zeremonien, wie zum Beispiel Tee-Zeremonie und so. Also wird halt mit dem Kimono zur Tee-Zeremonie angezogen. Macht ein sehr schlichtes Aussehen und einen sehr schlichten, äh, sehr schlichten Stil. Was natürlich darauf beruht, dass man sich auf die Tee-Zeremonie konzentrieren soll. Die die Dame oder der Herr vollführt. Und nicht auf das, was die Person trägt. Der Nagoya ist für formell bis legere Anlässe und auf Reisen und in der Stadt betragbar. Ich habe einen Nagoya. Das ist der Eisblaue mit dem Faunen drauf. Ich habe aber auch, äh, ein Fukuro und, ähm, ein Hitoe. Äh, die werdet ihr kennenlernen, weil ich die unterschiedlichsten Videos auch mit dem Hitoe binden werde. Weil den Hitoe mag ich, falten die anderen nicht. Dann gibt es den Fukuro, der ist, äh, für Zeremonien und formelle Anlässe. Also wie zum Beispiel Hochzeiten, 18-jähriger Geburtstag und so. Das wird in Japan ja groß gefeiert. Und dann gibt es den Maru, der ist, äh, zur Hochzeit, ähm, und für Zeremonielles. Also der ist speziell für Hochzeiten auch gern gesehen. Und, äh, der größte Unterschied einfach ist, der Maru ist komplett gemustert. Äh, durchgängig auf der Frontseite. Auf der Rückseite sind, haben die meistens keine, ähm, Muster. Es sei denn, es sind wendbare Pre-Tide Obis. Die sind dann meistens auf der einen Seite gelb, auf der anderen Seite rot oder grün und blau. Und da gibt es unterschiedliche Kombinationen. Äh, der Fukuro ist bis zu, was war das, 70, 80% gemustert. Dann gibt es natürlich ein Stück weit, der ist farblos, aber der verschwindet beim Binden da unter dem Rest. Und die Odori und die Hara-Avase ebenfalls. Gut, das war's erstmal davon. Im nächsten Teil gibt's mehr.